Peter Finnesky, ein kleiner Bericht über Sensitivismus. Im Jahr 1976, während eines Gesprächs in Weltrad, sagte die Kunsthistorikerin Katharina Jovanovic, dass wir heutzutage hier keinen Kritiker oder Kunsthistoriker haben, der das neues Element vom Fehler unterscheiden kann. Als noch die Maler nach Regel gearbeitet haben, haben sie nur die Elemente verwendet, die von den Regeln vorgeschrieben worden sind. Die neuen Ernehmte wurden als Fehler abgeschrieben, aber jetzt werden die Fehler als neue Elemente betrachtet. Auch das im Ganzen funktionsunfähiges Werk wird Kunstwerk genannt, weil es originell, ungewöhnlich ist. Wenn etwas neu, originell, geschmackvoll oder geschmacklos ist, muss es nicht unbedingt ein Kussendwerk sein. Ich fragte sie, wie sie zwischen Fehler und neuen Element unterscheidet. Katharina antwortete mit einem Beispiel, lass uns sagen, dass du vier Teller auf einem länglichen Tisch gemalt hast. Die vier Teller liegen nicht in der Reihe auf dem Tisch. Der fünfte Teller gelingt ein bisschen schräg in Bezug zu der Tischhebele. Wenn du dieses Fehler nicht bemerkst und weiter die Gläser, die Vase und den Krug dazu malst, dann wird diese Schrägheit des Tellers ein Fehler sein. Der Blick des Betrachters stockt an diesem schrägen Teller, kann nicht verstehen, was diese Schrägheit bedeuten soll. Und es ist auch nicht möglich es zu lösen, denn es bedeutet nichts, ist nur ein Ausgeburt der Unaufmerksamkeit. Manche Betrachter versuchen wieder mal es zu verstehen. Die meisten lassen das Betrachten nach ein paar Versuchen. Die mit einer feineren Aufmerksamkeit bemerken die Schrägheit des fünften Tellers und werden des störenden Faktors bewusst. Wenn du den Fehler bemerkst, aber den schrägen Teller nicht abwischen willst, kannst du die empfundene Verzerrung in die Form des nächsten gemalten Objekts einbringen und dann durch der Schrägheit der Gläser, Vase, Kanne wirst du eine ganz neue Dynamik entwickeln. In diesem Fall wird der schräge Teller zu neuem Element, von ihm geht eine neue Dynamik aus, In diesem Punkt wird das Blick des Betrachters ihre Richtung ändern, aber es stolpert nicht. Es hängt von deinem Talent ab, was du mit diesem Blick Richtung Senderung ausdrücken kannst. Das, was den Blick des Betrachters nicht stört, wird nicht als Fehler betrachtet. Aber der Element, der stört oder behindert den Fokus des Betrachters, ist ein Fehler. Das Gemälde ist unbrauchbar, wenn es zu viele Fehler hat. Zu viele Fehler ersticken das Bild, es wird zu einem unerblickbaren Kadaver für die Aufmerksamkeit. Es gibt viele Möglichkeiten beim Malen einen Fehler zu machen. Es kann ein Fehler beim Zeichnen sein, eine Linie passt nicht in das Konzept der Perspektive. Ein Fehler kann ein falsches Strich mit dem Pinsel sein, der nicht die Textur der Ebene folgt. Oder eine Farbe, die nicht im Raum des Bildes sich nicht an ihrem Platz befindet. Auch viele andere Dinge, die durch Unachtsamkeit oder Verantwortungslosigkeit erzeugt werden und ohne richtigen Anlass die Aufmerksamkeit des Betrachters stolpert. Nach dieser Diskussion habe ich eine besondere Aufmerksamkeit meiner Gemälden gegeben, vor allem ihrem Raum. Ich habe versucht, das Raum konsequent durchzuführen, ihren Charakter, Dynamik bewusst zu formulieren und genau bewusst zu machen. Im Laufe der Zeit habe ich dafür eine einfache Methode entwickelt. Bis diesem Gespräch in 1976 habe ich das ganze Gemälde auf einmal betrachtet. Das heißt, ich habe mich an die vier Ecken des Gemälde konzentriert, so konnte ich das Bild im Ganzen sehen. So kann man den Absicht der Bewegung der Ebenen im Bild wohlfühlen, denn diese Technik ist nicht geeignet für das Fühlen des Raumes in dem Gemälde. Die einfache Methode für das Betrachten der Gemälden beginnt durch eine konsequente Betrachtung der Linien bis auf ihren Ende. Dann die andere Linie, und die andere, und so betrachte ich systematisch alle wichtigeren Linien und so kann ich das ganze Liniensystem fühlen, ihre räumliche Ordnung. So kann ich den Raum der Gemälde sehen und auch den Charakter, die Kraft und Dynamik der Linien fühlen. Nach diesem streiche ich über die Ebenen mit meiner Beachtung, ich beobachte ihre Textur und den Grad ihrer Materienartigkeit und ihre Absichten. Die Absicht der Ebenen kann Schrumpfung, Expansion, Umdrehung, Bewegung in eine beliebige Richtung. Erst nach all diesen betrachte ich die Stellung der Formen im Raum der Gemälde. Die Formen können statisch, mehr oder weniger zu sehr menschmeidend, zusammenfließend, und dynamisch sein. Man kann ihre Bewegungsabsicht merken in Richtung von Schrumpfung, Expansion und Bewegung in verschiedene Richtungen. Manche Formen können sich gegenseitig abstoßen mit verschiedener Intensität. Es können lebendige, pulsierende Interaktionen zwischen ihnen funktionieren. Der nächste Schritt ist das Durchstreichen des Linien-Systems, der Formen, und so werde ich die Erfahrungen und Eindrücke, die ich durch Berührung erworben habe, vereinen, durch nefaches Scannen der Gemälde. So kann ich der Textur des Raumes, den Grad seiner Materienartigkeit und Plastizität, seines Charakters, Klimas und Temperatur bewusst werden. Das Perspektive des Raumes des Gemälde kann dreidimensional, formbar oder mental sein. Das dreidimensionale Raum kann verschiedene Dynamiken haben, die nach innen, außen, rechts, links, erweiternd oder schrumpfend richtet werden kann. Ein Gemälde kann mehrere dreidimensionale Räume enthalten und außerdem auch formbares Raum. Manches Gemälde kann nur mentales Raum enthalten, aber das mentale Raum kann zusammen mit dem formbaren und dreidimensionalen Raum existieren. Wenn ich mich von der freien Bewegung meiner Aufmerksamkeit im Raum des Gemäldes überzeugt habe, das heißt, ich habe mich überzeugt, dass das Bild funktionsfähig ist, wird meine Aufmerksamkeit auf die Zeit, die im Raum wirkt, konzentriert. Die Zeit ist, wie das Raum, eine Szene der Existenz. Die Zeit empfunden in dem Gemälde kann in einigen Bildern schneller, in anderen langsamer sein, sie kann angenehm, unendlich, kontinuierlich, vibrierend, gefährlich, betrachtbar, begrenzt, ostentativ groß, stolz, heutig, alt und so weiter, sein. Ich betrachte ein Gemälde als Kunstwerk erst, wenn mein Blick sich ohne Behinderung im Raum des Bildes bewegen kann, wenn ich den Charakter, die Klima und die Stimmung des Raumes fühlen kann. Durch das Raum des Gimelde und die Zeit, die im Raum wirkt, kann man den Zeitraum des Gemäldes erfahren, das heißt die Wahrhaftigkeit des virtuellen Raums des Gemälde, das sein seiner Wahrhaftigkeit. Ich betrachte ein Gemälde als Kussendwerk nur, wenn sich meine Aumerksamkeit ohne Unterbrechung im Raum des Bleibs bewegen kann, wenn ich den Raum des Bildes wahrnehmen kann, und ich die Zeit, die im Raum wirkt, ebenfalls festnehmen kann. Datsch die gemeinsame Wahrnehmung des Raumes und der Zeit, die im Raum wirkt, des Gemäldes kann man die Raumzeit des Gemäldes fühlen, das heißt die Realität des virtuellen Raumes des Gemälden, die Essens seiner Realität. Während ich diese Technik des Sehens angewendet habe, habe ich begriffen, dass das Kunstwerk nicht Teil der Realität ist, sondern ein Sein, das Parallel mit der Realität existiert. Der Ziel des Kredieren eines Kunstwerkes ist die Kreation einer Parallelien Realität. Der Mensch braucht Kansgeranu wegen der Wahrnehmung des Parallelien Seins. Das Kunstwerk, die gleichzeitige Wahrnehmung des Realitäts und der Parallelien Realitäts gibt solche Erfahrungen, die das menschliche Bewusstsein verändern können, die versteckte Energien mobilisieren kann, die Katharsis verursachen kann, die erhabene Gefühle im Mensch erzeugt und die das Verstand eröffnen kann. Die Verwendbarkeit des Raumes eines Gemäldes und sein Charakter kann man auch in einer Reproduktion fühlen, aber die in ihnen wirkende Zeit weniger oder gar nicht. Ich habe die Gemälden von den großen Meistern aus Reproduktionen kennengelernt. Die feine Plastizeitiät der impressionistischen Malereien waren immer sehr anziehend für mich. Als ich die originellen Gemälden gesehen habe, war ich überrascht, wie schnell die Zeit in ihnen fließt. Sie schienen nicht mehr so zauberhaft, ich sah sie als viel ernsthafter und kälter. Eine ähnliche Transformation ist mir passiert beim Sehen von Chagalls kubistischen und Picassos analytisch-kubistischen Gemälden. In Reproduktionen habe ich die Enge des Raumes, sein unangenames Knarren gefühlt, aber in den Originalen ist die Zeit faul und schwankend und ich habe die unangeme Wirkung des Raumes. Solche Wirkung der Zeit kann die Wahrnehmung des Raumes verändern. Die Wahrnehmung der Raumzeit war angenehm. Es ist mir mehrmals passiert, dass wenn ich mein Gemälde ausgestellt gesehen habe, war es mir anders als im Abteile. Da die Kunst eine Parallele zum Realität ist, wenn sich die Realität, Umgebung, in der ich mein Bild betrachte, verändert, werde ich das Gemälde anders wahrnehmen. Ich vergleiche unwillkürlich die zwei Realitäten, in denen ich gerade bin, und die Realität des Bildes. Seit dies mir bewusst ist, immer wenn ich in eine Galerie oder Museum eintrete, mache ich zuerst ein kleines Spaziergang. Erst wenn ich den Charakter, die Klima des Raumes akzeptiert habe, mich hier heim fühle, erst dann fange ich mit dem ausführlichen Beobachtung der Bildern an. Ich war schon mal in neueren Galerien, die 4 bis 5 M hoch sind. In solchen Galerien werden die Gemälden weit voneinander ausgestellt. Die Höhe und das große Raum zwischen den Bildern, gibt uns ein Gefühl der Leere. Solche Räume sind für mich unangenehm. Ich kann diese riesengroße Leere nicht als Realität akzeptieren. Sie stört mich bei der präziser Wahrnehmung der inneren Zeit des Gemäldes, und daher beim Fühlen der Raumzeit und der Parallelien Realität. In Galerien und Museen, wo viele Gemälden ausgestellt sind, ist der präzise Abstand zwischen den Bildern sehr wichtig. Nach meiner Erfahrung, man soll den minimalen Abstand zwischen zwei Bildern so bestimmen. Wenn man das eine Bild mit unserem zentralen Blick ansehen, dürfen die daneben stehenden nicht hineinragen. Man soll es nur mit dem peripherischen Blick sehen können, denn was man mit zentralem Blick sieht, verarbeitet man anders, als das, was man mit dem peripherischen Blick sieht, dann sind die Bilder in der Peripherie nicht störend. Diese Sehensart für Bilder wurde ebenfalls meine Technik des Erschaffens, ich nenne es Sensitivismus. Deswegen Sensitivismus, weil ich mit ehrlichen, offenen Gefühlen jeden Millimeters des Schaffens und Beziehung ihrer Elemente aufdecke. Den ganzen Eindruck, den ich durch meine Sinne erworben habe, vereine ich taktvoll in der Schaffung des Werks. Man kann diese Sehensweise anwenden auch bei der Wahrnehmung von Skulpturen, Theatervorstellungen, Filmen, Performancen und Filmen. Eine Theatervorstellung ist nur dann ein Kunstwerk, wenn die Bühne zum Schauplatz einer parallelen Realität wird, mit eigener Zeitlauf. Der Zuschauer im Theater kann zugleich zwei Realitäten wahrnehmen, die die Möglichkeit des Katharsis einbeziehen. Meistens sehen die Menschen an die Gemälden mit ihrem zentralen Blick, und ihre Aufmerksamkeit bleibt an dem Punkt des Gemäldes, der ihre Interesse erregt hat. Binnen Augenblicke wird ihr peripherische Blick auf den ganzen Gemälde ausweiten. In ein paar Sekunden entscheiden sie, ob sie das Gemälde mögen oder nicht. Meistens ist für sie das ästhetische Erfahrung genug. Manche sehen es weiter, überlegen sich, warum sie das Gemälde mögen. Mit solcher Sehensweise kann man die Fehler nicht merken, oder nur die sehr großen, und man kann nicht im Klaren sein, ob dies ein Kunstwerk ist oder nicht. Man kann ein Gemälde durch den Sensitivismus nur sanft, geduldig und konsequent sehen. Man darf nicht schnell urteilen, noch bevor wir das Bild im Ganzen durchgesehen haben, weil wir dann nicht geduldig genug sein werden für das ausführliche Durchsehen. Ein Gemälde, das kein Kunstwerk ist, kann eine Botschaft enthalten, kann dekorativ, schön oder abstoßedeno sein, kann wichtige Informationen enthalten, Der Unterschied ist nur, dass es eine andere Bewusstseinsebene aktiviert, als ein echtes Kunstwerk.